So, ich geh jetzt die Tankstelle aufmachen, dass wir Geld verdienen. So. Eine Bestellung warten. Über wann? Ähm. Was können wir noch tun? Ja, das ist Parkplatz. Ich brauche kein Darlehen. Okay. Das ist auch 180 Liter Sprit. Car Wash. Kriegen wir Car Wash hier auch noch irgendwann freigeschalten? Er hat auch direkt bei Car Wash das Lied von Christina Aguilera im Kopf. Ich muss gleich mal gucken, wie teuer die Toiletten sind. Wir sollen ja Toiletten auch noch freischalten. Wie gesagt, das Lied nix. Ja, gut. Oh, nicht so viel verpasst. Die machen wir schon wieder dreckig. Oh, nicht so viel verpasst. Oh, nicht so viel verpasst. Ich bin so viel verpasst. Eine Tankstelle. Oh, nicht so viel verpasst. Oh, nicht so viel verpasst. Aber warum? Entschuldigen Sie mal, ich habe gerade nachbestellt. Jetzt meckern die schon rum, dass ich nicht das habe, was sie wollen? Hallo Dystopia! Ich glaube, das Ding müssen wir auch noch streichen irgendwann. So, ich soll ein WC kaufen. Äh, sonstiges. Sonstiges Merkmale? Kaufe ein WC am Computer. Oder Registerkarte Sonstiger in Merkmale. Wo soll das WC sein? Oh, Kunde an Kraftstoff. Ich komme! Ich weiß nicht, wo ich ein WC kaufen soll. Kaufe ein WC am Computer. Registerkarte Sonstige in Merkmale. Weiß nicht, wo das sein soll. Einde. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, dann machen wir jetzt erstmal nur Geld. Nix anderes. Hallo Susi, alles gut. Ich weiß nicht, warum das Spiel mir sagt, kaufe Toilette und es geht nicht. I don't know. Könnt ihr dann trotzdem hier schon mal die Sandhaufen weg machen? Oh, krasse. 2,53 Euro für eine 0,5 Liter Flasche Limo. Das sind Attacksstellenpreise. Äh, das Spiel ist am Anfang ein bisschen überfordernd. Ich glaube, das Spiel macht Spaß. Bin auch nicht so weit, aber das Spiel macht Spaß. Und ja, Dennis nervt. Dennis malt Pensies an unsere Wand. An unsere Außenwand. Das ist nicht so schön. Aber wir haben jetzt die Tankstelle schon hergerichtet. Guck mal, die ist schon gestrichen und entrümpelt. Und hier drin ist auch gestrichen. Und wir haben ein Lagerhaus. Das haben wir schon entrümpelt. Das hat nur gefühlt drei Stunden gedauert. Äh, ja. Es geht vorwärts. Und jetzt muss man Geld verdienen. Gänse, ja. Pinsies als Gänse getarnt. Huch, hallo. Hallo. Und Müllfall. Ne. Bitteschön. Tschüss. Und dann Kraftstoff. Und dann Kraftstoff. Er legt Müll. Hä, bist du der Witcher? Der Witcher war bei uns tanken. Müssen aber auch bald wieder Benzin kaufen. Äh, brauchen aber sieben Monate Geld für die Verbesserung. Hallo, kommen sie rein. Gucken sie hier. Ist da natürlich vorbeigelaufen. Ha, 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 ha. So. Dennis. Weißt du, die kommen hier immer reingehen durch den ganzen Laden und schmeißen dann nur Müll weg. Töntger. Töntger. Ja. Töntger. Bitteschön, Kunde an Kraftstoff! Wir haben fast 600. Denn es malt bisher nur und lacht dabei so richtig hämisch. Ich weiß nicht, was er sonst noch macht. Aktuell beschmiert er einfach nur unsere Wände. Welcome. 0 Dollar. Oh, wir haben bald... Guckt mal, da oben der Daumen. Wir haben bald 100%... Wie sagt man... Empfehlungen? Also dann kriegen wir, glaube ich, mehr Kunden. Wir brauchen doch Zeit. Wir brauchen mehr Geld. Bitteschön... 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 man hätte denken können haben wir jetzt ein klo ich würde sagen man hätte denken können das war das applaus aus meinem chat das klage so ähnlich deswegen war ich gerade so was wie wo hallo noch ein bisschen geld aber wir brauchen halt auch bald neuen sprit 60 liter guck mal wie weit wir kommen die polizei ist schon wieder da ihr könnt den kofferraum knacken aber wir haben erst 14 dollar bekommen das war jetzt auch nicht so die bucht hier Direkt verschluckt. Oh. Oh. You're amazing. 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 You're amazing.